Hallo Freunde, wir hören von der fast gesamten Dating-Historie einer Zuschauerin und können glaube ich gut sehen, dass das, was ich ja eigentlich immer wieder sage, war bei mir früher auch so, dass es eigentlich immer, letzten Endes immer der gleiche Fehler ist, das Thema macht, deswegen macht die nicht mehr, hörte ich mal die Mail an und können uns viele Fragen hinterlassen über ein Formular auf liebeschip.de. Wir haben uns heute auch die Glückskurse ausgelost, großer Andrang, schau gerne mal in deinem Postfachrein, wenn du da mitgemacht hast, vielleicht hast du ja einen gewonnen. So, hallo Christa, ich habe ein Problem. Ich bin jetzt Anfang 30 und war schon lange nicht mehr in einer richtigen Beziehung. Meine letzten Dating-Erfahrungen haben mir so viele schlechte Erfahrungen gebracht, dass ich mittlerweile regelrecht Angst vorm Daten habe. Ich hatte mit Anfang bis Ende 20 viele Männergeschichten, gute und schlechte Erfahrungen, aber irgendwie konnte ich in dem Alter noch besser damit umgehen, indem ich zwar Liebeskummer hatte, aber weniger intensiv und vor allen Dingen weniger nachhaltig. Ich hatte auch einige Beziehungen in meinen 20ern, die längste war dreieinhalb Jahre. Alle diese Beziehungen habe ich am Ende beendet, weil ich mich noch nicht auf ewig binden wollte und dachte, draußen wartet noch mehr auf mich. Also steht jedem frei. Das ist glaube ich heute so der Trend, dass man sagt, okay, 20er Jahre sind Partyjahre und dann will man sich mit Anfang 30 binden. Steht mir auch nicht zu, das irgendwie, also wirklich in keinster Weise zu bewerten. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass aber unter Umständen, das würden jetzt die Redpiller würden sagen, vielleicht macht es Sinn, ein bisschen früher auszucachen, wenn man gerade einen guten hat, dann auch zu sagen, hey, mit dem bleibe ich jetzt, anstatt immer nochmal wieder von vorn anzufangen und dann wird es halt doch nicht besser so mit den Männern. Just saying, aber das muss jeder für sich entscheiden, da gibt es auch kein Falsch oder Richtig, denke ich. Nun ist es aber seit vier bis fünf Jahren so, dass ich bei den Männern nur noch ins Klo gegriffen habe. Es fing an mit einem typischen, sehr hotten Fuckboy, der sich am Ende nur einmal pro Monat gemeldet hat zum Daten. Ja, also jetzt können wir mal gucken, was läuft hier schief. Also ich gebe mal einen kleinen Spoiler. Da ist es eigentlich, das Thema ist halt immer wieder Grenzen, gesunde Grenzen. Ich meine, wenn du Beziehungen willst, warum datest du Fuckboys? Also ich bin jetzt, ich klinge jetzt vielleicht wieder streng, will das aber eigentlich gar nicht sein, nur es bringt ja nichts, wenn man jetzt drum herum redet. Also das ist wieder dieses Fuckboy aussuchen. Und dann jemand daten, ja, denn du einmal im Monat schreibst, nur weil du den hot findest. Keine gesunden Grenzen, zu wenig Selbstliebe, aber es ist ja nicht immer leicht gesagt, wenn man drinsteckt. Sieht man das natürlich nicht unbedingt. Danach kam ein total spiritueller, was, das ist ja heutzutage leider auch schon fast ein Red Flag, Eye-Gazing und tantrischer Sex, alles was dazu gehört. Das Einzige, was untypisch führend war, war, dass er Polyamorie abgelehnt hat. Das ist mein Humor. Er hat sich dann nach sechs Monaten Dating von seiner Seite aus angesprochener Monogamie mit seiner besten Freundin betrogen. Die beiden waren auf einer Party, haben rumgemacht, sind hoch, plötzlich waren sie verliebt und wollte sehen, was mit ihr ist. Disclaimer, sie haben mittlerweile ein Kind. Gut, in der Zeit war wahrscheinlich, naja, ich weiß jetzt nicht, wann das war, aber gut, da ist ja zumindest gut, dass mal jemand fremd geht. Und das ist, sechs Monate ist ja die 200-Tage-Grenze, dass es da mal vorbei ist, das kann halt vorkommen. Äh, drei Monate später, wahrscheinlich zu früh, habe ich einen ehemaligen Arbeitskollegen gedatet. Er war das Gegenteil von ihm, gar nicht spirituell, aber anders fragwürdig. Seine Therapeutin hatte bei ihm Narzissmus vermutet. Ich kann auch immer sagen, ihr dürft ja daten, also jeder macht seine eigenen Entscheidungen, aber wenn einem schon so andere Leute sagen, ja, es könnten hier große Red Flags vorliegen, vielleicht sollte man vor allen Dingen, wenn man schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen ist, vielleicht sollte man einfach einen großen Bogen drumherum machen. Also ich, das ist auch, was ich bei so öffentlichen Paaren, was man da so mitkriegt, warum, da weiß man ja, dass bestimmte Männer oder Frauen so einen Track-Record haben von absoluten Horrorbeziehungen. Warum muss man die unbedingt wieder daten? Also das ist leider auch wieder ein Grenzthema, ne? Hat er mir selbst gesagt, das war aber wohl laut Test nicht, also gut, ich bin immer äußerst vorsichtig, wenn hat meine Therapeutin gesagt, ob das überhaupt stimmt. Aber gut, das ist ja nichts Positives, also, aber dass man das jetzt mit dem Test, also nur mit dem Test erheben kann. Naja, gut, das wollen wir mal gar nicht tiefer reingehen. Kurze Fassung, er hat mich anfangs gelufft und auf einen Podest gehoben, à la, ich habe Angst, dass du irgendwann Schluss machst, du bist viel cooler als ich, du kannst mir vertrauen, wir sind schnell zusammengekommen. Er hatte eine beste Freundin, von der er sagte, sie kuschelt bei Filmstern auf der Couch und das ist normal für ihn, bedeutet nichts. Ja, aber wieder, warum, man muss sich einfach fragen, warum mache ich hier weiter? Du kannst immer wieder sagen, alle Männer sind doof und Narzissten und warum machst du hier weiter, ne? Das sind die Fragen, die man sich stellen muss, weil das Universum wedelt einem ja ins Gesicht, ne? Das passt nicht. Und auch dieses Lovebombing, aber man muss es erst lernen, ich wusste es früher auch nicht, ne? Wie gesagt, Lovebombing ist für Menschen, die so an sich gearbeitet haben, total weird. Die finden das abstoßen, ne? Mich hat das Ganze getriggert? Nein, das hatte ich getriggert? Ich war natürlich eifersüchtig, wir hatten auch unabhängig davon viele Streits. Ich habe mich häufig manipuliert gefühlt und auch nicht ernst genommen. Naja, wie gesagt, das Universum hat ja eigentlich alle Informationen gegeben, sage ich mal. Aber das ist das Problem, also wie gesagt, ich kenne das auch von früher, man will es einfach nicht wahrhaben, ne? Das ist ja auch menschlich. Nach sechs Monaten, ah, wieder 200 Tage, ne? Ihr kriegt hier die wichtigen Informationen auf meinem Kanal. Als ich bereits seine Eltern kennengelernt hatte, haben wir wieder mal gestritten und er hat dann recht schnell mit mir Schluss gemacht. Man sollte vielleicht dankbar sein, wenn Sachen nach drei bis sechs Monaten auseinander gehen. Klar, das ist nervig, aber das sind nicht sechs Jahre oder 16 Jahre oder 26 Jahre. Na, das muss man ja auch mal sagen. Ich habe schon vorher gemerkt, wie ich nach und nach vom Podest gefallen bin. Danach war erstmal ganz lange nichts bei mir. Datingpausen, ich war sehr, sehr tief und langem Liebeskummer. Nun habe ich vor wenigen Wochen, macht den Liebeskummer-Kurs, Leute, ne? Falls ihr noch bei mir seid, guckt mal auf liebeschiff.de vorbei. Super snackable Kurse zu allen möglichen Liebesdingen, Dating, Beziehungen, Liebe, Bindungsangst, Verlustangst. Guckt gerne mal vorbei. Gibt es übrigens auch, letztmalig erstmal, die Selbstliebe-Challenge-Advance. Die geht jetzt gerade heute los, könnt ihr noch einsteigen. Ich hatte es vorher schon hier und da versucht, aber es hat nie bei mir gefunkt. Nun war er plötzlich da, ein ehemaliger Kollege. Ich wohne mittlerweile aber in einer anderen Stadt. Wir hatten drei Dates in vier bis fünf Monaten. Kein gesunder Dating-Prozess. Ich hoffe, du machst auch die Kurse, weil damit könnt ihr, selbst wenn man sich innerlich jetzt nicht so viel ändert, also zum Beispiel mit Hilfe vom Dating-Kurs kannst du solche Sachen sofort aussortieren. Also es ist keine Dating-Progression da, kriegt es ja mit. Aufgrund der Entfernung aber auch, ja, aber also entweder ist das, man findet es nicht so hot, dass man die Entfernung überwindet oder man fängt es erst gar nicht an, wenn das nicht möglich ist. Das ist, ja, ready, willing und able, sagen die Englischen immer. Also man muss bereit sein für eine Beziehung, man muss fähig sein für eine Beziehung und die Umstände müssen irgendwie auch stimmen. Weil er nicht aus dem Puschen kommt. Naja, okay, dann ist er auch wieder das Gleiche. Er zeigt mir, dass er mich mag, aber es ist auch wochenlang Funkstille. Ja, für mich ist das kein gesunder Dating-Prozess. Er hat auch seine eigenen Probleme. Seine Familie ist im Kriegsgebiet. Und außerdem vermute ich, er hat schon länger mit Stimmungsschwankungen zu tun. Ich versuche, ja, das ist, deswegen kann ich jedem von euch mal wieder raten, Modul 1, Standards und Dealbreaker, ne? Das ist natürlich auch viel anders drin über Dynamik von Bindungs- und Verlustangst. Vielleicht hast du auch ein, weiß ich jetzt nicht, passives Bindungsangst-Thema. Dass du auch nicht die richtigen Dates, die dir wirklich nahe kommen würden. Aber das ist jetzt wieder sowas. Es spielt keine Rolle. Das ist tragisch, dass das bei ihm so ist. Und da haben wir auch ganz viel Mitgefühl. Aber was ist das für dich ein Szenario, wo du einen Mann daten möchtest? Also Fakt ist, er kommt nicht aus dem Puschen. Ob er nicht aus dem Puschen kommt, weil sein Kanarien-Fohlkrank ist oder weil Leute im Krisengebiet sind oder weil er dich einfach nicht gut genug findet. Das spielt alles keine Rolle, ne? Also für dich jetzt, für ihn natürlich schon, ne? Und natürlich, wenn man jetzt in einer festen Beziehung ist, natürlich kümmert man sich um den Partner, aber das ist ja gar nicht der Fall hier, ne? Ich versuche, ihn mir gerade aus dem Kopf zu schlagen, weil er mir auch einfach nicht das gegeben hat, wonach ich suche. Ja, eben, genau. Einfach mal wieder eine normale Beziehung. Ja, und du vertust Zeit, wenn du diese Sachen weiterführst, die sowieso nicht dahin führen, wo du hin willst, ne? Was mein Problem ist, dass ich mittlerweile selbst nicht mehr vertraue. Ich habe Angst zu daten, weil ich merke, dass ich mir nur noch zu komplizierten Männern hingezogen fühle. Ja, und da musst du ansetzen. Du musst dir einfach sagen, ich date die einfach nicht mehr. Also der kürzeste Weg ist, sein Verhalten direkt zu ändern, also gar nicht zu warten, bis dein inneres Kind genug gespielt hat wieder oder geheilt ist oder ich weiß nicht was, sondern einfach sagen, nee, weil das Gehirn folgt häufig deinem Verhalten. Das ist immer schwer zu verstehen. Also wenn du Sachen anders machst, dann kommt das Gehirn auch irgendwann hinterher und sagt sich, ja, das ist wohl eine coole Sache, andere Männer mal zu daten. Und du musst einfach anfangen zu sagen, ich date die nicht mehr, die irgendwie tausend Probleme haben, die nicht aus dem Puschen kommen, die, schreibst du jetzt hier nicht, die Drogen nehmen, die, was haben wir hier noch alles, Fuckboys, spirituelle Fuckboys. Ja, mache ich nicht mehr, Universum, kannst nicht. Aber solange man das weitermacht, kriegt man die gleichen Ergebnisse. So ist es halt. Und deswegen vertraust du dir natürlich auch nicht, weil du weißt, dass da nur Mist bei rauskommt. Aber kann man sich natürlich fragen, worauf macht man das? Ja, weil der Liebeschip so ist, also weil das da oben so verdrahtet ist und du das vertraut und normal findest, meist so aus familiären Gründen. Aber gut, muss man halt ran. Da ich mich auch sehr schnell verliere, Limerenz. Limerenz ist so ein Begriff für diese extreme toxische Verliebtheit. Ja, auch das ist ein Hinweis auf mehr Selbstliebe zu machen, weil Limerenz entsteht, braucht eigentlich zwei Ingredienzien. Das muss irgendwie so ein, sag mal der Selbstliebetopf, aber das ist auch beim Modul 1 Thema, Selbstliebetopf ist halt sehr leer und wenn dann jemand kommt mit Lovebombing, das habe ich auch in meinem Vortrag auch gesagt, da in Leipzig, da kommt jemand mit Lovebombing und überschüttet dich und das fühlt sich richtig gut an und diese beiden Teile braucht es eben, so eine Verbundbarkeit bei sich selber und jemand, der einen so ein bisschen manipulativ lovebombt und schon haben wir den Salat und haben wir Liebessucht, toxische Beziehungen und ja. Fühle mich in einer Sackgasse, weil ich mich in meinem Datingverhalten eher zurückentwickelt habe. Ja, also zurückentwickelt, weiß ich nicht. Also das Leben, ich denke mal, das Leben geht immer nach vorne und vielleicht brauchst du jetzt so viel negative Erfahrungen, dass du sagst, so jetzt ist wirklich Schluss, jetzt mache ich das nicht mehr. Dann ist es ja trotzdem ein Fortschritt. Ich habe auch das Gefühl, je mehr ich mich mit deinen und anderen Datingcoaches beschäftige, so gut im Moment auch helfen, klarzusehen, es schlimmer wird, weil ich dabei immer irgendeinem Mann im Kopf hare, bei dem ich es jetzt endlich besser machen kann. Also deine Gedanken stehen, du kannst denken, was du willst, aber wir können hier ja sehen, dass da ein Muster ist und egal wem du jetzt zuhörst, ob mir oder Klaus-Peter, Datingcoach-Master oder was weiß ich, Master of the Universe, Datingmaster, das spielt alles keine Rolle. Solange du die gleichen Männer datest, wirst du die gleichen Erfahrungen machen. Und also man kann ja hier, natürlich kann man jemanden nicht vom ersten Treffen angucken, wie es wird, aber man sieht ja hier Prozesse, die also fast alle eigentlich zum Scheitern verurteilt sind und das vielleicht einzusehen und zu sagen, ich mache das einfach nicht mehr. Das wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt so. Ich kann nicht mehr frei daten wie früher und das belastet mich sehr, weil ich anfange, mich einsam zu fühlen. Na, wenn du deine Grenzen klar hast, wirst du dich ganz langsam wieder anfangen, sicherer zu fühlen, denke ich. Ich kann auch gar nicht mehr, das hatten wir schon, ich habe auch schon eine Datingpause von sechs Monaten gemacht, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es nachhaltig funktioniert hat. Ja, verstehe ich, das alleine reicht, glaube ich, auch nicht. Man muss seinen liebes Chip umprogrammieren. In diesem Sinne, macht euch auf den Weg, macht die Ferg-Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, lieben. Ciao, lieben.